Willkommen zurück zu Story of Seasons, Friends of Mineral Town. Hey, hey, hier wird jetzt nicht direkt geschlafen, liebe Bäuerin. Schön wieder aufstehen. Wir haben den vierten Frühling und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt noch ein bisschen Holz hacken. Beziehungsweise, ich guck mal, hier sind schon wieder so ein paar Büsche. Okay, die kommen schneller nach, als mir lieb ist. Aber wenigstens geben die mir alle 1G. Dann kann ich ein bisschen Geld damit noch machen. Aber ich habe schon vor, in dem heutigen Part mir mal die Umgebung anzuschauen, auch vielleicht die ganzen Bewohner kennenzulernen. Denn auch das macht dieses Spiel ja so unheimlich liebenswert und auch natürlich aus, dass man eine Bindung mit den Dorfbewohnern und möglichen Liebeskandidaten aufbaut. Genau, jetzt liegen hier größtenteils nur noch Steine rum. Keine Ästchen mehr, das gefällt mir ganz gut. Baumstumpf kann mit einer Axt der Stufe 2 zerkleinert werden. Ah, okay, wir können also alles nochmal so ein bisschen upgraden. Gar nicht schlecht. Dann verkaufe ich hier erstmal das Gestrüpp. Und das Holz lege ich auch in den Schrank, denn eventuell finde ich ja noch irgendwas unterwegs. Wir haben hier eine Stadtkarte. Also hier unten ist meine Farm, das ist ja schon mal ganz cool. Das heißt, hier oben ist die ganze Stadt. Also diese Map ist richtig cool gemacht. Basil's Haus. Okay, okay. Man kann da sich auch noch Infos holen, aber ich gucke mir das gleich einfach an. Klinik, Kirche, klar, die darf nicht fehlen, Gasthaus, Kellerei, Schmiede, Geflügel-Ranch, Flügel-Ranch, Müll, Strand, Werkstatt und der Wald mit der heißen Quelle. Mega cool. Dann würde ich sagen, schauen wir uns erstmal um und verlassen die Grenzen der Ranch. Oh, sieht das hier schön aus. Richtig schöne Kirschblütenbäume. Okay, das kann ich auch noch nicht zerschlagen. Auch erst ab Stufe 2. Alles klar. So, das kann ich aber kaputt machen, ne? Yes. Was haben wir hier? Werkstatt. Geöffnet täglich außer Samstags. Öffnungszeiten 11 bis 16. Bin heute nur eingeschränkt im Laden. Gehe. Okay, ist abgeschlossen. Ich komme da leider nicht rein, aber ich komme nochmal irgendwann vorbei. So, hier ist eine Weggabelung. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Oh. Hm. Oh, ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Jennifer. Hallo. Die sieht ja cool aus. Die kenne ich auch noch aus keinem anderen Spiel. Ich bin Jennifer. Freut mich. Ich wollte gerade die positiven Energien von Mutter Natur in meine Seele lassen. Kannst du sie spüren? Ihre Wellen entstehen durch den Gesang der Vögel. Das Sonnenlicht. Es ist, als ob die Welt den Beginn eines neuen Tages preist. Findest du nicht auch? Ähm. Ja. Meine Chakren sind total... Total da. Ich glaube, wenn ich das andere sage, ist das nicht so cool für die. Ja. Eigentlich finde ich beide Antworten schlecht, aber okay. Meine auch. Ich sehe, dass du jemand bist, der die esoterische Welt versteht. Wunderbar. Nee, eigentlich nicht so, aber okay. Wenn ich dieses Thema anschneide, beenden die meisten Leute das Gespräch. Mit einem verwirrten Gesichtsausdruck. Übrigens, wer bist du eigentlich? Aha, du bist also diese Farmerin, von der alle so begeistert sind. Ich hatte gehofft, dich eines Tages zu treffen. Auf einer Farm lebt man in Harmonie mit der Erde und arbeitet Hand in Hand mit dem Leben. Das finde ich faszinierend. Ich verbringe die Nacht im Gasthaus, aber den Rest der Zeit bin ich normalerweise hier in meinem Zelt zu finden. Komm, mich ruhig besuchen, wenn deine Energien dich dazu bewegen. Es gibt vieles, das ich dich fragen möchte. Ach, bitte verschone mich. Ich bin da nicht so gut in dem Thema. Ich möchte aber auch niemanden vor den Kopf stoßen, weil... Jeder, der damit glücklich ist, meinetwegen... Oh, und weg ist sie. Ich dachte, sie wäre jetzt hier im Zelt, aber sieht sehr cool hier aus. Und da ist sie. Oh, hallo Chi. Was führt dich heute zu mir? Die Energien, die der Berg ausstrahlt, beruhigen meine Seele. Ja. Kann ich ihr irgendwas schenken? Die mag doch bestimmt Honig. Das gehört doch auch zur Natur. Aber wie kann ich das in die Hand nehmen? Ähm, nein, das war nicht richtig. Wie kriege ich denn die Sachen in die Hand? Ähm, das ist sowas, was jetzt hier fast gar nicht erklärt wurde. Gut. Ich glaube, ich muss einfach ein bisschen rumfummeln an der Steuerung. Ich werde das noch herausfinden, wie man Leute beschenkt. So, gucken wir uns einfach weiter um. Ah, jetzt habe ich den Ast aufgehoben. Ja, super. Ein Affe! Hey, warte! Und wir haben Blümchen. Okay, das ist immer cool zum Verschenken. Gerade für die sehr einfach zu beeindruckenden Kandidaten. Was haben wir hier? Oh, schön! Oh! Das war jetzt, das war Zufall. Ah, mit dem rechten Stick, also. Gut, dann laufe ich hier jetzt die ganze Zeit damit rum. Okay. Das kann ich hier nicht aufheben. Aber sehr schön. Wir haben hier einen Ausblick vom Gipfel aus. Gipfel des Mutterhügels. Alles klar. Ja, mich verwirrt das auch eigentlich. Fangen die meisten Spiele mit irgendeinem Kampf oder irgendeiner mysteriösen Lage der Erntegöttchen an. Aber das wurde jetzt hier gar nicht richtig geschildert. Also bei den neueren Spielen war das meistens so. Aber das hier ist sehr traditionell nach den alten geschildert. Ach, wo ist sie denn jetzt, Jennifer? Ist weg. Okay. Dann halt nicht. Also wie gesagt, bei den alten Spielen war das ja häufig so, dass man die Farm übernommen hat von irgendeinem Opa und die dann wieder aufpimpen musste. Oh! Ich komme hier nicht weiter. Ich brauche erst einen Hammerstufe 3. Okay. Aber hier, das kann ich kaputt machen. Sehr gut. Den kann ich aber irgendwie nicht auf den Boden zurückwerfen. Das ist merkwürdig. Ach, warum geht das nicht? Ich frage mich auch, ob in diesem See die Erntegöttin vielleicht haust. Die ist ja meistens hier irgendwo. Aber wir gucken uns erst mal weiter. Um Heißquille. Stellt Ausdauer wieder her. Lindert Erschöpfung. Gut, dann gucken wir doch mal. Ach, wie süß. Wir sind da mit Badekleidung drin. Ach, das geht ja flott. Manchmal muss man da ja echt total lange drin hocken. Das finde ich auch sehr gut. Was haben wir hier? Oh, die Mine. In Minen kannst du Erze und Juwelen finden. Erze werden benötigt, um Werkzeuge zu verbessern, während Juwele verkauft werden können. Um in einer Mine fündig zu werden, brauchst du einen Hammer und eine Hacke. Um Gegenstände zu finden, zerschlagefelsbrocken mit einem Hammer. Mit einer Hacke legst du die nach unten führende Leiter frei. Gelegentlich findest du auch seltene Gegenstände. Je tiefer die Mine, desto höher die Chance, seltene Erze und wertvolle Juwelen zu finden. Manchmal werden Löcher am Boden freigelegt. Hineinfallen verbraucht Ausdauer. Jedoch ist es auch eine schnelle Art, viele Etagen auf einmal zu überbrücken. Diese Löcher können mit einer Hacke freigelegt werden. Aber pass auf, manchmal findet man sie erst, wenn man hineinfällt. Hm, ich erinnere mich noch daran. Mit einer Leiter kannst du je eine Etage hinunterklettern. Wenn du eine Leiter hochkletterst, landest du direkt in der obersten Etage. Ein wichtiger Hinweis noch, du kannst in den Minen nicht die Ladefähigkeit deiner Werkzeuge verwenden. Okay. Wahrscheinlich bei der Hacke ganz wichtig, wenn die mehrere Felder auf einmal kloppen kann. Gut, aber ich will ja hier erst mal Auskundschaften, aber wir werden mit Sicherheit auch noch in die Mine gehen. So, mal schauen. Ist jetzt hier auf? Ja. Hallo. Hm, und wer bist du? Das ist Gotts. Hallo, Gotts. Ah, du bist in das alte Farmhaus gezogen, oder? Mein Name ist Gotts. Ich bin der Tischler hier am Ort. Sag Bescheid, wenn du das alte Farmhaus auf Vordermann bringen willst. Ich baue dir, was du möchtest, solange du dafür zahlst. Okay, der hat schon zu. Und wer ist das? Hä? Und du bist... Brandon. Hallo. Chi? Chi? Verstehe. Ich heiße Brandon. Und das Vergnügen ist ganz auf meiner Seite. Hier, bitteschön. Vielen Dank, Chi. Ich bin überrascht, dass du meine Vorlieben kennst. Ähm... Okay. Wenn du dir gerne Honig aufs Brot schmierst, hast du ja eine tolle Vorliebe, die ich bedienen kann. So, ich kann hier eigentlich auch nur bedingt untersuchen. Dann gehe ich mal weiter. Ich gehe dann vielleicht mal morgen zwischen 11 und 16 Uhr dahin. So, ich gucke noch mal auf die Karte. Okay. Hier ist meine Farm. Ich bin jetzt hier. Das heißt, ich kann nur noch nach oben gehen. Und hier war ich ja auch. Okay, gut. Das heißt, mir bleibt eigentlich nur noch der Weg. Aber... Es ist ja schon recht spät. Ich denke mal, dass die meisten Leute vielleicht schon schlafen oder nicht mehr so ansprechbar sind. Vielleicht tausche ich doch noch mal... Ja, das habe ich ja auch noch nicht geerntet. So, ich tausche mal mein Werkzeug. Und dann kommt das noch... Obwohl die Blumen vielleicht auch noch. Dann habe ich ein bisschen mehr Platz. Die Mondtaubblume. Ich glaube, die kennen wir auch schon aus anderen Spielen. Also, ich finde das sehr cool, dass das hier so ein Crossover aus so vielen Sachen gerade ist. So, wir verkaufen mal die paar Reintrauben. Da werden wir sicher auch noch ein paar ernten. So, und hier kann ich jetzt die Steine ein bisschen abarbeiten. Das sieht ja mega cool aus, wie die würfelartig hier rausspringen. Denn ich bin mir sicher, wenn wir bei Gotts was umbauen möchten. Hallo? So. Dann brauchen wir Stein und Holz. Bei Harvest Moon DS war es ja sogar so, dass man die Gebäude aus verschiedenen Materialien bauen konnte. Und wenn dann mal ein Sturm kam, dann war es immer besser, wenn die Sachen aus Stein gebaut waren. Weil Holz nicht so beständig war. Ich glaube aber in den neueren Spielen ist es immer so ein Misch, dass man so und so viel Holz, so und so viel Stein, wahrscheinlich noch irgendwelche Erze aus der Mine bringen muss. Also, wenn die sich treu bleiben, dann weiß ich so ein bisschen zumindest, was das Spiel fordert. Und deswegen ist es immer super wichtig, wenn ihr so früh wie möglich anfangt, hier die Steine zu kloppen. Und auch Holz zu hacken. Ich habe nämlich immer den Fehler gemacht, dass ich das erst gemacht habe, wenn ich es wirklich brauchte. Und mache das immer zwischendurch, wenn ihr Zeit habt. Weil sonst dauert das ewig, bis die halt respawnen. Ja, ist okay. Ich habe ja noch ein bisschen Energie. Und ja, man lernt ja ein bisschen aus seinen Fehlern, ne? Außerdem brauche ich ja auch ein bisschen Gold, um mir die Farm hier leisten zu können. Mehr oder weniger. Also brauche ich hier auch den Platz einfach, um Sachen anzubauen. Ein ziemlich großes Feld, muss ich sagen. Also, wenn man das hier alles bepflanzt. Ich frage mich, ob man noch mehr Gebäude auch hier drauf bauen kann oder irgendwelche Sachen. Aber das werden wir dann sehen, wenn wir mal den Katalog in der Werkstatt durchgehen. Ziemlich viel Stein haben wir jetzt gesammelt. So. Der Schrittzähler. Ja. Gut. Ich würde sagen, wir springen dann heute mal ins Bett und gucken, was der morgige Tag so bringt. Ja, ist noch nicht so viel Geld, weil ich eben erst nach 17 Uhr alles reingeworfen habe. So. Und schon wieder die ersten Unkrautbüschel. Sehr schön, dass hier auch jedes Mal Honig und Trauben verfügbar sind. Ich werde jetzt aber die Trauben erstmal verkaufen. Den Honig kann ich ja dann verschenken oder als Energiemittel benutzen. Lagern kann ich ihn ja leider noch nicht. So, ich mache hier immer meine morgendliche Unkrautrunde. Ja, aber mal schauen, wie die anderen Bewohner hier so ticken. Also ich habe bisher nur Leute kennengelernt, die mir nicht aus anderen Spielen bekannt vorkamen. Also klar, die Position von einem Schmied oder so oder von so einem Werkzeugtypen ist mir bereits bekannt. Aber Jennifer und Brandon sind mir unbekannt. Aber ich glaube, hier habe ich ein erstes bekanntes Gesicht. Entschuldigung, wer bist du? Hier heißt sie Ran. Ich kenne sie unter dem Namen Anne oder Ann. Die ist so unfassbar süß. Ah, du bist die, die die Farm übernommen hat. Ich hätte schwören können, dass du ein Gast bist. Und wie heißt du? Da spricht man wie aus? Äh, Chi, hast du gesagt? Ich heiße Ran. Nett, dich kennenzulernen. Danke. Popuri. Hm, ich glaube, wir beide kennen uns noch gar nicht. Na dann, hallo. Ich bin Popuri. Und wie heißt du? Du bist so süß. Die ist so niedlich. Ah, Chi, hm? Freut mich, dich kennenzulernen. Ja, euch kenne ich auf jeden Fall. Oh, danke. Die sind ja so niedlich. Jedenfalls zwei meiner Favoriten, die schon seit der SNES unter Nina und Anne bekannt sind. Und auch bei Back to Nature kannte man sie unter Anne und Popuri. Hello. Hey, ich bin auf der Suche nach guten Bäumen, deren Holz ich verwenden kann. Tja. Ich habe mir gedacht, ich suche auch gleich noch etwas zum Essen, wenn ich schon mal dabei bin. Tja, ich habe hier, glaube ich, alles abgeholzt. Tut mir leid. So. Die ist hier nicht da. Wie hieß sie? Julia? Jennifer? Ich überlege gerade hier mal was rein. Also man kann hier was auf jeden Fall werfen. Ich frage mich, ob das noch nicht freigeschaltet ist. Ah, da ist sie. Oh, hallo Chi. Was führt dich heute zu mir? Hallo. So. Ich habe ja eh keinen Honig mehr, also... Ah, jetzt habe ich den Ast schon wieder eingesammelt. Und die Blümchen auch noch. Und jetzt haben wir hier... Birgenblaues Kraut. Oh, ist das für mich? Danke. Du kennst mich sehr gut. Ich habe dich zwar gestern erst kennengelernt, aber okay. Hallo. Hallo, Brandon. Ich habe zwar keinen Honig, aber hier bitte. Danke. Der ist ja... Okay. Wir schenken ihm, glaube ich, lieber Honig. Das beeindruckt ihn jetzt mehr. Oh, die kann man hier auch aufheben. Das habe ich gar nicht bemerkt. Weil die hier kann man zum Beispiel nicht aufheben. Das ist ja ziemlich tückisch hier. Oder müssen die erst mal wachsen? Weil die Mondtau-Tropfen, die heben sich schon ab. Aber die Spielblume, die sah jetzt nicht so aus. Die Spielblume kenne ich auf jeden Fall noch von A Wonderful Life. Und wir haben hier das blaue Gras. Das stellt dann ein wenig Ausdauer wieder her. Und liefere sie oft. Etwas Gutes könnte geschehen. Vielleicht kriegen wir ein Achievement dadurch. Mal sehen. So, ich möchte aber noch mehr Leute kennenlernen. Ah ja, der Gotts ist immer noch hier auf der Suche nach Holz und Essen. Hier ist immer noch zu. Okay. So, wo sind wir hier? Hier ist noch eine andere Ranch. Yola Ranch. Montags geschlossen. Ah, gut, dass wir keinen Montag haben. Ein Hund. Wie niedlich. Wer ist das? Willst du was Bestimmtes? Nugi. Okay, bei dem kann man Tiere und Samen und Ware kaufen oder Tiere verkaufen. Okay. Oh, bist du gekommen, um mich zu besuchen? Nein. So, was hast du denn für Tiere? Ein Kalb. Ein Kaffeekalb. Okay, sobald es ausgewachsen ist, gibt es Kaffeemilch. Das ist neu. Erdbeerkalb. Sobald es ausgewachsen ist, gibt es Erdbeermilch. Fruchtkalb. Sobald es ausgewachsen ist, gibt es Fruchtmilch. Ein Schaf. Okay, die Schafe sehen scheußlich aus. Und ein Alpaka. Aber die Kühe sind so unfassbar niedlich. Und hier haben wir natürlich den Befruchtungsstaub. So. Ah, okay, das waren die Samen und Ware. Okay, das heißt, der hat gar keine Samen. Nee. Okay. Gut. Na, na, bitte nicht dort hinauf. Okay. Hier kann ich nicht rein. Ach, die Kühe, die sind so niedlich. Die Kühe hier sehen immer so niedlich und glücklich aus. Ja, ihr seid aber auch niedlich. Solche kleinen, süßen. Geflügelfarm. Alles klar. Oh, hier ist Popuri. Hallo. Oh, hallo. Ich glaube, wir beide kennen uns noch gar nicht, oder? Ah, Lilia. Oh, doch, doch. Jetzt fällt es mir wieder ein. Du musst Ski sein. Bürgermeister Thomas hat mir viel von dir erzählt. Ich heiße Lilia. Es freut mich sehr, dich kennenzulernen, meine Liebe. Meine Güte. Kann ich etwas für dich tun? Tun? So, ihr verkauft also Hühner. und ein braunes Huhn. Und die Ange... Oh nein. Warum ist das Kaninchen so hässlich? Es hat zwar so Flügelohren, aber es ist... Oh, das hätte man auch süßer programmieren können. Okay, und hier können wir halt auch... Futter kaufen und was für die Kaninchenzucht. Ich denke aber, sobald wir Mais anpflanzen können, werde ich mir selber Futter herstellen. Hey, nicht rauf gehen, okay? Okay, sorry. Vielleicht können wir da irgendwann mal rauf gehen. So, wen haben wir hier? Rick. Du bist die Neue, die auf der Farm in der Gegend eingezogen ist, oder? Yes. Dann ist dein Name also Chi. Hi, ich heiße Rick. Rick, ich wohne mit meiner Mutter und meiner Kleinschwester Pukuri hier. Alles klar. Den Rick kennt man auch schon aus anderen Spielen. Schön, dich kennenzulernen. Ganz meinerseits. Oh, ist das für mich? Danke. So, der hat auch ein Herzchen auf jeden Fall. Das heißt, er sollte einer der Heiratskandidaten sein. Was haben wir hier? Abgeschlossen. Okay. Die Schmiede. Die ist donnerstags geschlossen. Gut, dann muss ich wohl morgen nochmal wiederkommen. Nordseite, Südseite. Und die Happy Farms auch noch aufgezeichnet. Jetzt haben wir hier. Kellerei. Edge. Okay. Ist auch abgeschlossen. Gut. Wen haben wir denn hier? Hä? Wer bist du denn? Hallo, Duke. Hä? Du kümmerst dich also jetzt um die Farm? Ich heiße Duke. Schön, dich kennenzulernen. Okay, gut. Hier muss immer irgendeiner... Wein... Oh, wir können in den Weinkeller gehen. Hallo? Kann ich hier was anzupfen? Spiritosenregal. Okay, also es muss immer hier jemanden geben, der eine Bar betreibt oder Wein selber herstellt. Und auch abgeschlossen. Okay. Wer bist du? Du bist ein unbekanntes Gesicht in dieser Gegend. Und... Ah, du kümmerst dich also um die Farm. Verstehe. Saibara. Okay. Es muss schwierig sein, sich mit nur ein paar Hände um die Farm zu kümmern. Aber gib dein Bestes. Oh, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich heiße Saibara. Schön, dich kennenzulernen. Und die Bibliothek ist auch abgeschlossen. Ah, Bücherei. Okay, ja. Ist ja eine Bibliothek. Ah, die haben alle nicht mehr auf. Wer bist du denn? Du bist nicht von hier, hm? Wow. Du bist auf diese große alte Farm gezogen? You. Okay, hallo You. Ich? Ich heiße You. Schön, dich kennenzulernen. Oh, hey. Wenn du jetzt eine Farm hast, dann leben da doch auch Kühe oder so. Oder? Darf ich mal vorbeikommen und sie streicheln? Wenn ich welche habe, ja. Oh, hallo. Meine Güte, ein neues Gesicht. Du bist Chi, hm? Mein Name ist Ellen. Es ist mir eine Freude, dich kennenzulernen. Hallo, Ellen. Oh, Ellen ist auch ein Charakter aus der SNES-Version. Ob das jetzt ihr altes Ich ist, wie bei Back to Nature. Oh, meine Beine. Ich habe eine Krankheit, die meine Muskeln schwächt. Ich kann schon eine ganze Weile nicht mehr laufen. Es ist einfach das Alter. Ich hätte niemals so taglos nach Beinen gefragt, aber gut. Guten Abend, Frau Farmen. Farmen ist alles. Oh Gott, ich habe Farmen Stella erst mal gelesen. Frau Farmen ist alles. Okay, danke. Der Bürgermeister. Meine Güte, wenn das nicht Chi ist. Guten Tag, wie läuft es auf der Farm? Ist alles in Ordnung? Offensichtlich, ja. Hallo, du bist Chi, oder? Hallo, Harris. Ich heiße Harris. Es ist eine Ehre für mich, als Polizist in Mineralstadt zu arbeiten. Unsere Gemeinde ist ruhig und es gibt hier keine Verbrechen. Keine Sorge. Du kannst dich hier sehr sicher fühlen. Alles klar. Hm, oh, hallo. Du bist? Ah, ja, genau. Bürgermeister Thomas hat es uns erzählt, dass du kommst. Sandra. Ich heiße Sandra. Meine Familie gehört der Gemischtwarenladen. Ich würde mich freuen, dich dort ab und zu zu sehen. Gewiss, ich komme vorbei. Hallo, du meine Güte, wir kennen uns noch gar nicht, oder? Ah, du bist also diejenige, die gerade in diese Farm eingezogen ist? Apropos, ich erinnere mich, dass Thomas etwas derartiges erwähnt hat. Bist du die Frau vom Bürgermeister? Ich heiße Anna. Ich hoffe, du lebst dich in unserem gemütlichen Städtchen gut ein. So, da ist auch zu. Mineral Clinic. Gut, dann gehe ich mal in die Klinik. Aber die ist auch zu. Okay. Keiner will heute mir die Tür aufmachen. So, die Kirche. Oh, da ist ein Juwel der Wahrheit hinter der Statue der Erntegürtchen. Ich wollte eigentlich nur mit der Erntegürtchen reden. Vielleicht ist die ja dann auch hier ansprechbar. Eine Statue der Göttchen. Alles klar. So, haben wir hier hinten noch irgendwie was? Oh, das ist jetzt aus Zufall. Was ist das denn? Die Naturgeister. Freunde dich mit den Naturgeistern an, damit sie dir bei deinen Aufgaben helfen und sogar mit dir spielen. Okay, mache ihnen Geschenke, um dich mit ihnen anzufreunden. Du kannst dich mit jedem einzelnen Naturgeist anfreunden. Sobald du gut mit den Naturgeistern befreundet bist, helfen sie dir bei drei verschiedenen Aufgaben. Nutzpflanzen gießen. Sie werden die Nutzpflanzen gießen, die du auf deiner Farm anbaust. Ernten. Sie werden alle reifen Nutzpflanzen auf deiner Farm ernten und sie in die Lieferkiste tragen. Nutztiere versorgen. Sie werden deine Tiere füttern und bürsten, sowie die Tierprodukte versenden. Je mehr Naturgeister dir bei bestimmten Aufgaben helfen, desto besser und schneller erledigen sie diese. Du kannst ebenfalls wählen, mit den Naturgeistern zu spielen, um bestimmte Aufgaben zu üben. Okay. Alles klar. Hallo, ihr kleinen Süßen. Ich kann mit denen, glaube ich, reden. Oh, du bist also Chi. Chi. Minze. Ach, das ist aber ein süßer Name. Ich bin Minze. Hallo, du bist... Oh, Chi heißt du? Kirsche. Oh, wie süß. Ich bin Kirsche. Schön, dich kennenzulernen. Na, und du bist Orange, wa? Nein, Kürbis. Okay. Wie geht's? Wie steht's? Aha. Dann ist dein Name also Chi. Ja. Mein Name ist Kürbis. Freut mich, dich kennenzulernen. Alles klar. Du bist wahrscheinlich Traube? Nee, Pflaume. Halt! Wer ist da? Ein hinterhältiger Halunke? Nein. Hm, du siehst mir gar nicht so hinterhältig aus. Chi heißt er also, hm? Na dann. Hi, ich bin Pflaume. Alles klar. Und du bist? Blaubeere. Willkommen. Wie heißt du denn? Chi? Ich heiße Blaubeere. Freut mich, dich kennenzulernen. So, du bist Zitrone, wa? Sonne? Wa? Was? Oh, hi. Also, heißt du Chi? Okay. Sonne? Ich heiße Sonne. Schön, dich kennenzulernen. Und du bist Aqua. Dich habe ich ja noch nie gesehen. Wer bist du? Oh, dein Name ist also Chi? Kein Wunder, dass ich mich nicht erinnern konnte. Ich heiße Aqua. Freut mich, dich kennenzulernen. Ihr seid ja ziemlich süße Fratzis. Allerbesten Dank. Das ist echt toll. Juhu, danke. Das mag ich richtig gern. Vielen, vielen Dank. Das gefällt mir wirklich. Ach, Chi, wusstest du schon? Ich habe gehört, dass Kappa gerne Gurken geschenkt bekommt. Und, wer ist Kappa? Aber Kappa ist komisch und mag sie nur roh. Dabei sind gekochte Gurken viel besser. Okay, Kirsche mag gekochte Gurken. Wenn ich also jemals eine Küchenzeile habe, weiß ich, wer was bekommt. Alles klar, hier sind also die Naturgeister. Süße kleine Fratzis. So, hier haben wir die Kirche und natürlich den Priester. Ah, du bist Chi, ja? Was für ein verheißungsvolles Treffen. Thomas hat mir viel von dir erzählt. Sehr verheißungsvoll, Kata. Mhm. Okay. Komische Wortwahl für einen Priester. Aber okay. Hallo, Kata. Du bist ja noch sehr jung. Und du hast das Amulett von Cult of the Lamb um. Ich heiße Kata und ich bin der Pfarrer der Stadt. Und hoffentlich sieht man sich in der Kirche. Mit der Krone von Cult of the Lamb. Ich kann nicht mehr. Ihr müsst euch das Amulett einfach nochmal angucken, wenn ihr zurückswipet. Okay, hier kann ich nicht rein. Ist aber ein hübsches Design für die Kirche. Auf jeden Fall. So. War ich hier schon in diesem Mittelweg? Okay. Hä? Was ist das? So. Hier ist noch der Dorfplatz. Das Frühlingsderby steht vor der Tür. Wann? 18. Tag im Frühling ab 10 Uhr. Wo? Rosenplatz. Tolle Preise für die Gewinner. Anmeldung zur Teilnahme auf dem Platz. Der Bürgermeister. Okay, das hier heißt Rosenplatz. Okay, Strandcafé und Sex. Haus haben wir noch nicht. Und der Mineral Strand. Ah, okay. Hier ist auf jeden Fall die Hütte der Naturgeister eingezeichnet. Ich habe die aber eben echt aus Zufall entdeckt. So, hier konnte ich ja fast überall nicht rein. Ah, das Gasthaus hatte ich noch nicht. Aber sonst habe ich alles gesehen. Gut, dann gehen wir noch zum Gasthaus. Oh, da kommen aber hier viele nieder. So, gelegentlich während der Geschäftszeiten geschlossen. Dann gucken wir mal. Guten Tag. Bist du eine Touristin? Wie? Du sagst, du bist in diese Stadt gezogen? Ah, du bist Basil. Hey. Die Fülle der Natur ist hier schier unerschöpflich. Im Gegensatz zum Grau der Großstädte. Hier wird es dir sicher gut gefallen. Hm, ich? Oh, natürlich. Ich sollte mich vorstellen. Ich heiße Basil. Mein Steckenpferd ist die Botanik. Ich studiere die Pflanzen hier in Mineralstadt. Schön, dich kennenzulernen. Okay, der hat aber kein Herz. Also kein Bachelor. Schön, dich zu sehen, Chi. Bist du schon fertig mit der Arbeit? Ah, Duke. Ich glaube, du bist schon ein bisschen angeschickert. Hey, willkommen. Du bist so niedlich. Hast du jemals die Getränke hier probiert, Chi? Wenn nicht, solltest du das tun. Zumindest einmal. Okay, ich kann hier aber irgendwie nichts bestellen. Hallo? Abgeschlossen. Okay, dann gehen wir mal nach oben. Was haben wir hier? Oh, wir können hier einfach rein. Guten Tag. Und guten Tag. Hey, hallo. Hm, dich habe ich hier noch nie gesehen. Hallo, Gray. Hey, du bist aber ein Schnucki. Mein kleiner, introvertierter Hardthrob. Den habe ich mir schon vorher einmal als Bachelor so ein bisschen ausgeguckt. Den finde ich gar nicht schlecht. Also, kümmerst du dich jetzt um die Farben? Ich heiße Gray. Schön, dich kennenzulernen. Hier in der Gegend gibt es überhaupt nichts. Das weißt du aber schon, oder? Sag bloß, du bist ein komischer Öko-Mensch. Nein. Also, kein Eso-Mensch zumindest. Aber ich habe eine Farben. So. Oh, ein Kätzchen. Oh, hier führt jemand vorher etwas im Schilde. Okay. Oh, no. Hallo. Cliff. Hallo. Okay, meine zwei Hardthrobs wohnen nebeneinander. Äh, du bist also gerade auf diese Farben eingezogen. Hm. Wie ich heiße? Cliff. Schön, dich kennenzulernen. Oh, gee. Hm. Okay, der sieht hier sehr nachdenklich aus. Irgendwie hatte ich Cliff als ein Abenteurer in den Bergen, äh, in Erinnerung. Bisschen extrovertierter auch. Und der Gray war schon immer so ein bisschen introvertiert. So, jetzt können wir hier aber mal gucken. Es sind mir alle ein bisschen freundlicher gesinnt, als ich dachte. Also, hier hat jeder gerade schon mal eine Note. Ich weiß noch nicht, wie alle so in Bezug zueinander stehen. Und dadurch, dass viele Sachen geschlossen hatten, habe ich mit Sicherheit auch noch nicht alle kennengelernt, die es hier in der Stadt gibt. Aber ja, hier Gray und Cliff, die gefallen mir schon mal gut. Hm, wie geht's? Wolltest du das mit mir besprechen? Eventuell irgendwann mal. Aber ja, wenn ich richtig informiert bin, ähm, ist bei den Mädels ja auch ein Herz hinterlegt. Und ich glaube, wenn ich es richtig gelesen habe, gibt es ja auch die Möglichkeit von gleichgeschlechtlichen Ehen, was ich gar nicht mal so verkehrt finde. Ja, manchmal sagen mir manche Bachelor gar nicht zu. Und ich meine, für die, die es halt auch in Realität vielleicht so leben, ist es eine super Möglichkeit, es auch im Spiel so umzusetzen. Also, ich finde das cool, dass das geht inzwischen. Und ja, ich lasse mir jetzt einfach mal alles offen. Und dann, ob ich nicht doch noch, ähm, mich für eine Bachelorette entscheide oder einen Bachelor. Ich denke, ich habe mir hier ein oder zwei ausgeguckt. Werde aber einfach mal gucken, wenn ich alle kennengelernt habe. Wie die sich einmal charakterlich natürlich auch zeigen. Und dann werde ich mich noch entscheiden. So, ich bereite hier schon mal... Oh, ein Maulwurf. Hallo? Kann ich hier irgendwie rausziehen? Nein? Okay. So, ich bereite hier mal ein paar Felder vor. Denn, wenn ich das nächste Mal in die Stadt gehe, werde ich im Gemischtwarenladen oder wo auch immer es Samen zu kaufen gibt. Vielleicht auch bei dem Huang. Ähm, Samen kaufen. Damit ich hier mal anfangen kann, meine Felder zu bestücken. Ich denke, drei Felder reichen mir erstmal für einen Anfang. Ich weiß ja auch noch gar nicht, was für Feldfrüchte es gibt. Ja, und in diesem Sinne würde ich sagen, war das doch ein sehr umfassender Teil. Ich freue mich sehr, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen.